Obwohl Han Solo die Star-Wars-Community sich ja nicht so begeistert hat wie Rogue One, ist es dennoch kein schlechter Film. Dass Lego den Castle Run Millennium Falcon dazu gemacht hat, ist durchaus begrüßenswert. Wir haben schon viele Falcon gesehen, aber dieser hier begeistert der Filmvorlage entsprechend mit einem Escape-Pod, neuen Geschützen und natürlich einer anderen Farbe. Auch der frische Look des Innenraums hat mir gut gefallen. Diese Abwechslung vom grauen Star-Wars-Einerlei ist spannend, ebenso wie das Minifiguren-Ensemble. Quite All Side ist genial, die jungen Lando Carissian und Han Solo sehen schick aus und dieser Chewbacca mit doppeltem Patronengurt schafft willkommene Abwechslung. Das ist ohnehin das wichtigste Argument für dieses Set. Per se ist dieser Falcon nicht besser als Vorgänger und Nachfolger, sondern er ist einfach anders und hat damit seinen Platz sicher in vielen Sammlungen verdient. Ich vergebe vier Hüte.